Hallo, mein Name ist Luca und meine Damen und Herren, seitdem ich YouTube-Videos mache, hatte ich irgendwie noch nie ein richtiges Intro für meinen Kanal. Von daher habe ich mir gedacht, Mensch, wie kannst du Intros kriegen, aber keinen Cent dafür ausgeben? Ihr kostet nix, macht das für mich, schickt mir das zu und ich spare die tausende von Euros, die so ein kranker Intro-Drechersteller mir da abknüpfen wollte letzte Woche. Von daher, meine Damen und Herren, haben diese drei Instagram-Fanpages von mir sich hingesetzt in den letzten Tagen und haben die besten YouTube-Intros zusammengebastelt, die es auch nur geben kann. Ihr könnt unten in den Kommentaren abstimmen, welches ihr am besten findet und wir starten direkt mit Nummer 1. Ah, das war's. Wir lassen uns davon allerdings gar nicht büren und machen direkt weiter mit Intro Nummer 2. Ich heiß, ich heiß nicht Loser, eigentlich heiße ich Laser-Luca. Ist auch vorbei. Das war besser als das erste, aber irgendwie habt ihr meinen Namen falsch geschrieben, also es heißt Laser und nicht Loser. Danke. Wenigstens wurde ich hier jetzt richtig geschrieben. Das hier ist Intro Nummer 4 und es hat was zu tun mit meinem Skyblock-Intro. Vielleicht ist es ein Edit. Ich klicke mal auf Play. Zack. Ähm, na. Ähm. Ähm. Ich hab gerade einen neuen Partner gefunden für meine YouTube-Videos und die Vermarktung. Was soll der sich, also, was soll der sich denn denken? Ich, kennt ihr das, wenn ihr so traurig seid, dass ihr einfach lachen müsst? Wie kann es denn sein, dass andere YouTuber, wie so ein Rezo oder so ein Julian Bam, wenn die so Aufrufe machen, dass deren Community was erschaffen soll, dass da so richtig kranke Meisterwerke bei rumkommen. Und bei mir wird so eine Klopapierrolle mit meinem Gesicht draufgeklebt und irgendwie mit Paint hier Laser-Luca kurz mal reingeschrieben, was auch noch komplett schief ist. Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nutze jetzt irgendeines von diesen Intros und kann meinen Kanal in drei, vier Wochen zumachen, weil mich keiner mehr gucken wird, oder ich lösche meinen Kanal jetzt schon. Warum mit A? Laser-Lacker. Loser, Luca. Laser-Lacker. L. A. S. E. R. L. U. K. K? Warum K? Leute, Laser-Luca. Ist es denn so schwer? Was ist das? Was ist das? Laser-Luca. Ich kacke in meinen Arsch. Mach Ende. Ich will nicht mehr. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich wäre gerade lieber auf so einem einsamen Floß mitten im Atlantik, umgeben von den gefährlichsten Haien, Krokodilen und Wasserschlangen, die es gibt. Als dass ich mir hier weiter diese Intros anschaue. Ja. Es war ja klar. Es war doch klar. Sorry, aber... Wenn ein Unternehmen irgendwann nochmal mit mir einen Korb machen will, ne? Wenn die einmal dieses Video sehen, ich bin raus. Hat man doch schon. Ah, chillig, chillig, chillig. Ah, chillig. Sorry, dass ich so wusste, ich bin allergisch gegen, ähm, dumme Intros. Das ist vorbei. Mittlerweile sind wir an dem Punkt angelangt, wo tatsächlich nicht mal mehr Text vorkommt. In der Küche. Chips. Es wäre richtig witzig gewesen, wenn es hier einfach nicht getroffen hätte. Es ist einfach so... Es ist halb vier nachts und ich finde... Ich bin verzweifelt. Bisher mein Favorit. Leute. Mit C. Nicht mit K. Bin ich das? Als Papierflieger? Hallo, mein Name ist Luca. Oh mein Gott. Ich guck die Intros hier auf voller Lautstärke. Unter mir, bei meinen Nachbarn, die haben ein neugeborenes Kind, das pennt. Ich hab gesagt, ich nehm leise auf und nicht mehr in der Nacht. Was mach ich? Ich nehm laut auf, mitten um halb vier. Ich bin ein Zug. In diesem Intro. Mit K. Mal wieder. Es ist doch einfach zum Mäusemelken hier mit euch. Abonniert Laser, Luca. Deabonniert Laser, Luca. Guck mal, wenn es um Deabonnieren geht, werde ich dann plötzlich wieder richtig geschrieben, ne? Super. Letztes Intro. Werde ich eing... Ich werde eingesaugt. Ja, Freunde. Ich... Also ich lösche meinen Kanal.